Herzlich Willkommen zum Informationsvideo über das Add-on Ursus, das 14,99 Euro kostet und wenn man es vorbestellt, dann bekommt man es Ende April. Allerdings ist das Add-on nur für Windows und Mac-Wesseln zu haben und es sind drei Kategorien in dem Add-on enthalten. Einmal die Traktoren, Frontlader und Gerätschaften. Die werde ich euch jetzt im Anschluss alle im Überblick zeigen und ich wünsche euch viel Spaß. Das war es jetzt schon wieder zu diesem Informationsvideo. Ich hoffe, ihr habt es gefallen, würde mich über einen Daumen hoch oder über einen Kommentar freuen und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Samstag, also bei der nächsten Mod-Vorstellung wiedersehen und bis dahin macht's gut. Ciao!